ja willkommen mein name ist dann ihre p und ich begrüße euch zurück zuletzt play tels of xia und was ist auch so ich dachte wessen stein mit blumen am kopf naja ja wir sind jetzt hier in diesem eisigen gebiet mit gut aufgewacht und sind ganz alleine ohne mila ohne diese und ja alles scheiße aber wir haben einen geist namens set getroffen die uns zurück zu mir aufhören will anscheinend folgen müssen wir uns mit ihr verbinden damit ihre kräfte und zurück bekommt und so weiter und ich kann mir vorstellen es wird sehr angenehm und einfach mit ihr klatsch kommen und ich kann keine karte aufrufen die karte kann ich aufrufen aber will ich nicht will diese idioten sichere karte haben so und erst mal aufwerten wie ging das noch mal wobei er einfach ja was ich finde geiles gedächtnis da ist ja nicht viel dazu kommen ja die einzigen kämpfen ja vorher noch kam also vollkampf gegen geils waren ja nicht so viele ich glaube da habe ich den shop auch schon so gut wie möglich ausgeballert kann eigentlich nicht so viel egal da bist du in h und sagt übrigens so ein zwei aufs gegen kämpft gemacht aber männlich nicht zurück springen an ist der eiskalt in diesen dingen mehr zurück gesprungen hör auf man habe ich immer noch diese ersten an seiner verauftragte nein nein ich bin vergiftet glaube ich weiß er nicht weiß ich weiß nicht was ja und umrundungs talent cool und dumpf und trophäe mit dem selben namen cool mein käfer bei der fliedermaus cool ich bin batman ja und ich will eine karte haben ich fühle mich unsicher oder karte für mich nackt aber ja auch verglichen soll doch eigentlich aus den anderen drauf gehen strike pitch aber ich bin jetzt zum strich über die ich keine ahnung habe was das überhaupt bedeuten soll pokémon hat auch so ein strich über den e vom pokémon hat weiß aber nicht wofür sie steht das bestimmt ein stummes e aber da müsste pokémon ja pokémon heißen keine ahnung ja ich stehe noch nicht mal offizielle beste partner oder irgendwie soweit also ich bekomme meine kollegen wieder aber ja das wurde gedacht ja 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 nochmal verdammt ja sagt ja 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 aber da wird die ganze zeit danke danke da war zu werden danke sagt sagt ja kann hat einsetzen übrigens voll oder cool ich möchte meine rahmen schwarzen fehler mal wieder einlösen ich glaube ich habe eine stange davon also konnte ich sehen man erwartet die informier ja wenn ich eine karte hätte dann hätte er voll einfach aber nein immer green oder schon wieder ein beutel sagt koffer irgendwie nicht oder truhe man genau wie die eine kenne ich gerade vorbeigelaufen und ich habe nur sieben tränke des lebens gott gott hot großartig nein doch jetzt bin ich jetzt bin ich glücklich noch mehr mit ich mit je das ist nicht wenn es ich vor ich ja das ist Und ich bin Tifo. Schön, dich zu treffen. Schön, dich zu treffen. Das Freude ist mein Glück. Ich hoffe, dass die anderen wegkommen sind. Wir müssen weitergehen? Huh? Was ist das? Du war immer ein Exodos-Agent, nicht wahr? Warum fragen Sie mich? Er wird nur schief. Das ist richtig! Er ist ein großer schief. Hey, ich fühle mich nur so wie Sie. Ihr seid. Gillen hat mich nicht darüber gesprochen. Sie lief zu Ihnen? Das stimmt. Das ist der Nerve von diesem Mann, nicht wahr? Wenn Sie sich so schiefen, dann würden Sie nicht so schiefen. Nicht wirklich, okay, Jude? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr was zu denken. Ich kann gar nicht mehr auf Gillen, mit dem kaltes, kaltes Hottes, neben dem sie. Was war sie? Ihr Name? Celsius? Kennst du ihn? Celsius. Das wäre das große Geist des Eis. Das große Geist? Es gibt ein... Eis des Eises? Warum nicht wir ihn erkennen? Ich bin ein Monster! Ich glaube, wir sollten das Chit-Chat abholen. Was? Monster? In dem Spiel? Ah! Wie gesagt, immer das gleiche. warum ist jetzt die gebietskarte verfügbar hat er elven die oder wir bauen eine mannkraft wenn aber mehr auch nicht na gut und er zwei imaginäre level ups bekommen ja ich bin auch fp genau hier sind die nächsten wunderbar stärke das ist ja kommt schon und das eine art ja okay dann das recht könnte ich sogar noch kriegen ja komm noch mehr arzt okay langsam verliert man aber ich die übersicht jetzt noch eine art mein gott muss mir jetzt schlüsseldingen hier im monat vor noch eine art ja so lange hat ja okay diese war neun der blab dunkler besucher typo vakuum und da ist auch fp oder fp was gar nicht braucht sie so viel fp hier ist eine art und da haben wir schon mal zwei kollegen wieder freut mich mehr oder weniger so was haben wir denn hier dp was soll es bedrückt so hat sogar nicht versorgt wenn man aus der arzt ja meinetwegen sicherheitsnetzkomponente vermeiden ach so deswegen haben wir nie bekommen oder hat ja gut mein wegen ja das hat man hoffentlich jetzt nicht gehört soldaten die vom himmel kam aliens ich sag's euch Das sind die Soldaten, die aus dem Meer sehen. Das klingt verrückte, nicht wahr? Vielleicht war es alles ein Traum? Und wenn Zhao zählte, war das ein Traum, auch? Wenn du alles vergessen hast, könnte es auch sein. Nur lass es aus der Morgen die Nacht schlafen. Keine Worte zu schrauben die Reise. Also, du kennst dich etwas über die Leute, die diese Leute waren? Du kennst dich, ich fühle mich, dass ich einen Traum über sie hatte. Was ein lustig Freund du bist! Ja, lustig, aber mehr und nicht. Und stark, aber mehr und nicht. Und groß, aber mehr und nicht. So, jetzt rede ich mal von den Monstern hier in den Hintern. Meinen drei Charakteren. Hahaha. Hi, ho, ha. 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 So, jetzt kann ich auch wieder verbinden. Jetzt bin ich wieder froh. Ich habe eine Heilerin. Mir gehts wieder gut. Okay, Arzt kann ich mir nach dem nächsten Schnitt mal angucken. wer willst du sag und hat und hat noch mal und dann kann ich verbinden mit dieser nix da will ich jetzt sehen er könnte mich nicht davon abhalten ja elise sagt abstürzen na gut dann nehmen wir noch diesen sack mit oder würde ich sagen machen wir hier auch einen schnitt und obwohl guck mal was verbirgt sich hintergang nummer eins wo kommen wir hin so ok ok wie es hier in 3d aussieht das werden wir im nächsten part herausfinden ich bedanke mich fürs zuschauen und nein gehe nicht zurück ins neue gebiet ok und ja sage bis zum nächsten part tschüss